So, da bin ich wieder heute mit einem weiteren Bitpanda Portfolio Update. Falls ich mich etwas schlapprig anhöre, müsst ihr mich entschuldigen. Ich habe ein Mittagsschläfchen heute gemacht. Meine Frau und mein Sohn waren heute nicht zu Hause. Und ich habe die Gunst der Stunde genutzt und habe ein gemütliches Mittagsschläfchen gemacht. Es war einfach nur schön und ruhig. Nur das Schnarchen der Katze und ich. Ja, gut. Starten wir ins Programm. Was ist passiert die Woche? Wir haben glatte Minus 30% gemacht und das tut einfach nur weh. Wir sehen das hier im Chart. Wir sind von 88.907, also von den knappen 90.000 auf die 62.000 runter. Ja, das tut schon weh im Auge. Aber wir blenden das einfach aus, halten es an die Strategie. Ich werde euch auch gleich dann erzählen, was ich genauso plane. Dann schauen wir uns noch die Pantos Neuigkeiten an, wie sie so gekommen sind. Die sind auch sehr interessant. Den Best Chart und den Pantos Chart schauen wir uns natürlich auch an. In Kombination mit Bitcoin, was da gerade abgeht. Aber bevor wir starten, wollte ich noch sagen, Leute, ihr seid der Wahnsinn. Wir sind schon 1700 Leute auf dem Kanal, auch wenn die Kurse runtergehen. Die Abozahlen gehen wenigstens rauf. Eine positive Sache. Nochmal an alle Danke für den Support und fürs Mitmachen und starten wir ins Video. Dann kommen wir kurz zur Granny-Taktik. Wie sieht es da aus? Also ja, unseren Grundstock haben wir ja weggesaved bei den Aktien, ETFs und Gold. Da sind wir noch immer im Plus. Also die Granny ist nicht im Minus. Die Granny hat noch ein Plus von ungefähr 10 Euro hier. Und bei den Kryptowährungen, also alles was jetzt hier in den Kryptowährungen ist, ist bloß auch wenn es jetzt schierig ausschaut und alles unter 2 Euro getippt ist. Es sieht richtig hässlich aus, weil die Positionen waren teilweise schon auf 5, 6 Euro oben. Und wenn man das jetzt so sieht bei den Altcoins, ist jetzt schon eigentlich richtiges Blutbad. Die Frage ist, war es das jetzt wirklich schon nochmal oder kommt nochmal ein Tippetit-Dipp? Ja, die Granny, die haltet auch einfach durch. Ihr könnt vielleicht was nachlegen jetzt, wo alles so gefallen ist und was von den Aktien und Dings so rüberschieben. Aber vielleicht war es noch nicht das Ende. Wir warten jetzt noch eine Woche ab und schauen mal, was so abgeht. Wenn dann wirklich alles am Boden ist, dann gehen wir rein. Bevor wir uns den Pantos-Chart anschauen, schauen wir uns noch das Update an. Also erst mal, wenn ihr auf dem Update seid, mal 50 Claps geben, dass man da ein bisschen das Pantos-Team unterstützt. Ja, also mindestens 50 Claps. So, ihr könnt euch einfach mit eurem Google-Account, dann clappt ihr das mal hoch, damit so viele Menschen wie möglich den Artikel sehen. Ihr geht dann auf den englischen Artikel und macht das dort dann auch nochmal. Spaß. So, starten wir den Artikel. Diese Claps sind einfach nur, so mehr Claps es kriegt, desto öfter wird es den Leuten angezeigt. Das heißt, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt Pantos. Wenn ihr jetzt in Pantos investiert seid, clappt für das Projekt. Das Erste, was ich rausheben möchte, ist, bevor wir auf die ganzen Sachen, die darin vorkommen, eingehen, möchte ich diesen kurzen Absatz kurz rausheben. Weil alles, was in diesem Artikel vorkommt, also was das Denken-Können-Wollen-Würden angeht, Liebe Leser, bitte denkt daran, dass es sich bei Pantos nach wie vor um ein Forschungsprojekt handelt. Wenn bereits bekannt wäre, wie man die Cross-Blockchain-Kommunikation am besten löst, müssten wir nicht mehr forschen. Durch diese Forschung gelangen wir immer wieder zu neuen Erkenntnissen, Ideen und Ansätzen. Auch wenn wir davon ausgehen, eine ganz gute Vorstellung davon zu haben, wie das Endprodukt Pantos aussehen wird, handelt es sich hier noch immer um ein Work in Progress. Mit anderen Worten, das Pantos-Netzwerk könnte den dargestellten Ideen in vielen Details ähneln, aber es gibt keine Garantie dafür, dass wir nicht eine ganz andere und sogar bessere Lösung für unsere Ziele finden werden. Also was Sie damit sagen wollen, momentan stellen Sie sich das so vor, aber es könnten sich noch viele Dinge daran ändern, falls Sie bessere Lösungsansätze finden. Aber wie gesagt, im Moment ist Ihr Plan, wie Pantos aussehen soll, so. Also als Cross-Blockchain-Kommunikationsprotokoll ist Pantos auf drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe wären die Pan-Holder, die das Netzwerk nutzen. Dann die Pantos-Nodes als Agenten, die als helfende Hände am Protokoll teilnehmen. Und das Pantos-Orakel als Instanz zur Bereitstellung von Wissen über die Grenzen einzelner Blockchains. Das Pantos-Orakel bilden dann im Endeffekt später dann alle Notes, aber darauf gehen Sie dann ein bisschen weiter später unten. Dann gehen Sie noch darauf ein, dass die Pan-Holder, die Pan-Nodes und das Pantos-Orakel alle mit eigenen Signaturen versehen sind, die es dann erlauben, signierte Informationen eindeutig mit dem ursprünglichen Unterzeichner zu verknüpfen. Ja, das heißt, es ist komplett trackable. Ich werde jetzt nicht auf alle Details jetzt genau eingehen, ich werde jetzt nur die wichtigen Sachen rausheben. Ja, der Artikel ist, ihr könnt euch, ich linke euch den Artikel wie immer unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch den komplett durchlesen, ja. Da gehen Sie noch auf jeden Fall ein auf Wissenstransfer, auf Smart Contracts, pipapo. Dann gehen Sie noch darauf ein, dass immer ein Ledger als Übertragungskanal gewählt wird. Ein Ledger ist dann immer die Blockchain, die jeweilige, genau. Bei einem Smart Chain und Ethereum haben Sie als Beispiel hier genommen. Und da verwenden Sie IOTAS Tengel als Übertragungskanal. Ich werde jetzt nicht das ganze Beispiel mit euch hier durchgehen. Wie gesagt, ihr könnt euch das dann durchlesen. Aber um kurz nochmal das Wichtigste aus diesem ganzen Text hier rauszuheben, also für mich als Investor das Wichtigste, ja. Komm hier beim letzten Punkt. Mit diesem Schritt ist sichergestellt, dass Susanne 98 PAN auf BSC erhalten hat. Also der Trade ist jetzt durch. Und Bernhard darf sich daher mit gutem Recht zwei PAN als Gebühren auf seinem Ethereum-Konto gutschreiben. Also Bernhard hat sozusagen diese Transaktion übermittelt oder abgesichert, wie man es auch immer nennen will, und validiert. Und kriegt dafür PAN gut geschrieben. Das heißt, die PAN-TOS-Nodes werden belohnt werden. Dann, sie heben das auch nochmal dann kurz später auch nochmal raus. Da kommen wir dann gleich dazu. Im nächsten Absatz gehen sie dann auch noch auf etwas Interessantes ein. Nämlich, mit je mehr Einsatz eine PAN-TOS-Node sich beteiligt, desto höher sollte seine Chance auf eine höhere Gebühr sein. Und das heißt einfach nur, wenn du mehr PAN-TOS auf deiner Note hast, desto mehr Chancen hast du dann, an den fetten Transaktionen teilzunehmen. Was wiederum, wenn dieses Netzwerk dann live geht, dafür sorgen könnte, dass viele Leute PAN-TOS einkaufen. Dann gibt es noch einen ganzen Absatz über Global Staking und wie sie das machen können, dass sie das Staken sicher machen können. Also, wie sie sozusagen absichtliche Fehler einbauen, die die Notes dann finden und dann belohnt werden. Da müsste man dann aber wahrscheinlich wieder ein bisschen was von den Transaktionsgebühren, sozusagen eine Wartungsgebühr fürs Netzwerk noch drauf klatschen. Ich finde die Idee persönlich sehr gut, dass man absichtlich Fehler einbaut, um das Netzwerk zu testen. Dann gehen sie nochmal auf die Transaction Inclusion Verification ein. Das haben wir gesehen im letzten PAN-TOS Video. Und zeigen dann nochmal, wie das aussehen soll auf den Blockchains. Ein zweiter interessanter Punkt, den ich auch noch gelesen habe, war, dass sie Trusted Notes haben wollen, die vielleicht einfach durchwinken. Da könnte ich mir dann vorstellen, dass zum Beispiel Bitpanda dann so eine PAN-TOS-Note halten wird, wo man seine PAN-TOS dann alle zusammen reinlegt und an den PAN-TOS-Transaktionen verdient, sozusagen. Und wie gesagt, wenn der RBI-Point auf dieser Technologie läuft und alles, was dann am Bitpanda Launchpad kommt, die Chance hat, mit PAN-TOS zu arbeiten und vielleicht dann auf PAN-TOS-Technologie läuft, kann das dann, glaube ich, ein gutes Einkommen sein, eine PAN-TOS-Note zu rennen zu lassen. Ah, das sind nur so meine Gedanken. Ja, da gehen sie auf die zwei Fragen dann hier ein. Also, wie geht man mit den Notes um, die sich unehrlich verhalten? Und was ist mit dem Szenario No Bad Actors? Das heißt, wenn es keine unehrlichen Notes gibt, muss man ja auch irgendwie das Netzwerk testen, sozusagen. Und dafür wäre einfach dann Notes, die sich absichtlich fehlverhalten, also man führt sozusagen absichtliches Fehlverhalten ein, um dann das ganze Netzwerk zu testen, dann wird sowohl die testende Note als auch die reagierende Note belohnt werden und der Anreiz, das Verhalten und andere Notes zu verfolgen, bleibt intakt. Das heißt, wenn es einen Anreiz dafür gibt, dass es immer wieder mal ein Problem gibt und man was finden muss, ist ein sehr interessanter Ansatz, finde ich. Hier kommt das auch nochmal mit den Wartungsgebühren. Also, die Idee solcher Belohnungen kann umgesetzt werden, indem zusätzliche, aber eher minimale Wartungsgebühren zu jeder Transaktion hinzugefügt werden, die in lokalen Pools gesammelt und für solche Tests dann verwendet werden. Das habe ich vorher eh kurz gesagt. Ja, dann gehen sie noch kurz auf den Zeitplan für die Implementierung ein. Also, im Moment arbeiten sie daran, zwei Blockchains zu verbinden, wobei nur einer davon Ethereum ist. Wie immer wird jeder Prototyp zunächst für Testnetzwerke veröffentlicht und erst wenn er sich als funktionstüchtig erweist, wird er auf die öffentlichen Netzwerke ausgerollt. Im ersten Schritt werden sie sich auf On-Chains-Markt-Contracts konzentrieren. Das bedeutet, dass Panthos-Notes, aber vor allem das Panthos-Orakel, was ja auch aus den Panthos-Notes besteht, am Anfang vertrauenswürdige Autoritäten sein werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich Bitpanda, die Raiffeisenbank eine Note haben, vielleicht das Blockchain-Center eine Note haben, keine Ahnung, wie sie das genau machen werden. Ich hoffe, wir als User von Bitpanda können uns dann an dieser Note beteiligen. Das fände ich cool. Panthos-Notes als helfende Hände, die Panthos-Orakel nutzen, um Pantholder die Möglichkeit zu geben, ihre Assets über verschiedene Blockchains hinweg zu bewegen, werden ebenfalls recht früh implementiert werden. Sobald diese Möglichkeit zur Verfügung steht, werden Pantholder in der Lage sein, an der Cross-Blockchain-Interaktion teilzunehmen und dafür Gebühren zu verdienen. Ich wiederhole es nochmal. Sobald diese Möglichkeit zur Verfügung steht, werden Pantholder in der Lage sein, an der Cross-Blockchain-Interaktion teilzunehmen und dafür Gebühren zu verdienen. Das bedeutet, wir werden Rewards kriegen als Panthos-Holder, dafür, dass wir ewig lang Panthos halten, in Form von den Transaktionsgebühren, die auf dem Panthos-Netzwerk stattfinden werden. Im nächsten Punkt kommen sie dann darauf ein, dass sie dann eine Wallet-Lösung brauchen werden, damit die Pantholder am Testnetz auch teilnehmen können. Und das wird eine Browser-Plugin-Lösung sein. Wenn ich raten müsste, wäre es Metamask. Sobald wir ein paar Hälften der Hände in Form von Panthos-Notes haben, werden wir damit beginnen, eine dritte Blockchain zu implementieren und Tests durchzuführen, damit Panthos-Notes auch Orakeldienste von geringerer Wichtigkeit anbieten können. Also das heißt, sobald sie ein paar Notes haben, werden sie dann damit beginnen, eine dritte Blockchain einzubauen und dann dort Tests durchzuführen, damit Panthos-Notes auch Orakeldienste von geringerer Wichtigkeit anbieten können. Sobald das Netzwerk der Panthos-Notes ausreichend zuverlässig ist, das ist jetzt der letzte Punkt, wird Panthos den Notes erlauben, aktiv an der Panthos-Orakel-Lösung teilzunehmen. Das heißt, am Anfang wird das nur vertrauenswürdige Notes machen dürfen, bis das Netzwerk richtig stabil ist und wenn das dann mit den Überprüfungen und alles und man die Bad Actors sozusagen rausfischen kann und das alles gut funktioniert, dann wird jeder teilnehmen dürfen. Und dann schreiben Sie noch kurz darauf ein, dass das dann für immer, also für jede weitere Blockchain sein wird, also für jede Erweiterung des Panthos-Netzwerks, also wenn eine zusätzliche Blockchain hinzukommt, werden sie am Anfang, möglicherweise steht da, aber es wird wahrscheinlich so sein, am Anfang gibt es dann nur gewisse Oracles. Also können nur vertrauenswürdige Instanzen bestimmte Orakelfragen bearbeiten, so haben sie es geschrieben. Aber am Ende, sobald es dann aus dieser Testphase raus ist, werden die Panthos-Nodes in ihrer Gesamtheit selbst zum Panthos-Orakel. Also alle Notes werden dann dieses Orakel bilden und diese Cross-Blockchain-Transfers absichern, validieren und dafür Transaktionsgebühren kassieren. Und ich glaube, das ist doch eine super Nachricht, vor allem, wenn man die Note nicht selber hosten muss und Bitpanda eine hostet. Das wäre nämlich echt angenehm, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr selbst zu Hause eine Note hosten wollt, oder es ist halt mit Kosten verbunden, also mit Strom, der Server, man kann sich das zwar auch mieten, aber es sind trotzdem extra Kosten, eine Note zu betreiben. Und wenn man einfach an einer partizipieren kann, von einer dritten Partei sozusagen, dann wäre das sehr ideal und würde dafür sprechen, dass man einfach dann seine Panthos sozusagen auf Bitpanda staken kann und dann Panthos-Rewards bekommt. Und je nachdem, wie viel los ist auf dem Netzwerk, wird dann auch die Ausschüttung sein. Das bedeutet, wenn viele Leute die Cross-Blockchain-Transfers verwenden, ist viel los auf dem Netzwerk, das heißt, die Notes kriegen viel an Transaktionsgebühren. Je mehr Panthos du hast, desto mehr Panthos wirst du anteilig bekommen. Das ist eh klar. Jetzt sind die Panthos noch sehr günstig. Ich glaube, wenn das ganze Netzwerk mal gelauncht ist und immer mehr Blockchains dazu kommen, wird man das stark am Preis merken, weil die Notes sich natürlich viele Panthos organisieren wollen, um die meisten Aufträge reinzubekommen. Ich war nach dem letzten Bericht über Panthos schon sehr bullish. Das ganze Video könnt ihr euch nochmal anschauen, da habe ich schöne Grafiken dazu gemacht. Ja, wie gesagt, ich bin total bullish auf Panthos und ich werde auch Panthos noch nachlegen, auf jeden Fall. Auch wenn der Markt jetzt gerade runter geht, werde ich das eher als Chance sehen und das nochmal nutzen, um nochmal einzukaufen. Ich werde jetzt gegen Ende des Monats nochmal was aufladen und dann ein bisschen was einzahlen. Ich weiß nicht, so 300, 500 Euro mal und dann in den nächsten Wochen, Monaten einfach immer ein bisschen was investieren. Bestchart, der macht jetzt noch immer gerade die Spirale des Todes. Wir sind jetzt gerade auf 1,08 Euro. Ein Wahnsinn, wie das jetzt runtergerasselt ist. Was wir aber hier sehen ist, hier hat sich jetzt starker Support gebildet in diesem 1 Euro Bereich. Wir können ein bisschen reinzoomen ins Orderbook und dann sehen wir ja bei 1,08 Euro, bei 1,04 Euro, bei einem Euro haben sich starke Positionen aufgebaut. Also hier werden wir Leute einkaufen. Ob das jetzt schon halten wird, ich hoffe es mal, dass wir die 1 Euro Marke halten können. Wir schauen uns dazu aber im Vergleich BTC an. Wieso mache ich jetzt BTC auf Binance auf? Weil ich BTC immer Dollar trade und auf Bitpanda ist ein Euro und da kriegst du immer die Krise. Deswegen schaue ich mir das jetzt auf Binance an. Und wir sehen hier, hier war die letzte Aufwärtsbewegung, hat auch als Support Linie, als Bounce Back Linie sozusagen geholfen für diesen kleinen Bouncer, den wir hier hatten. Der hat aber nicht sehr viel geholfen. Wir sind wieder auf dem Weg nach unten. Das heißt aber noch lange nichts. Wir könnten auf jeden Fall nochmal von hier wegbouncen, weil das Orderbook ist darauf vorbereitet, dass es in diese Richtung geht. Wir sehen hier sind fette Orders drinnen. Das heißt, wir sehen wahrscheinlich den Bitcoin hier ein bisschen herumgammeln. Ich will jetzt nur kurz nochmal zeigen mit den Moving Average Linien. Also wir haben hier die rote Linie, das sind die 25 Tage. Die pinke Linie, das sind die 7 Tage. Und die blaue Linie, das sind die 200 Tage. Falls ihr das ändern wollt, das könnt ihr hier auch oben in den Optionen ändern. Hier habt ihr dann die Settings und hier könnt ihr dann einstellen, wie viele Tage etc. Also hier habt ihr längst 1, 7 Tage, 25, 200 Tage. Das könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Und ja, wenn die Linien sich nach unten brechen, dann ist das meistens ein Death Cross. Das heißt, es fängt ein Side-Werts oder ein Downtrend an. Und das sehen wir jetzt hier. Und wo es jetzt dann spannend wird, das wird hier in der Zukunft sein. Das heißt, diese Linie wird immer weiter hier runter wandern. Diese Linie immer hier so rüber. Und die Linie geht weiter runter, solange der Preis runter geht. Ja, ist eh klar. Und was ich denke, was passieren wird, ist, dass wir hier uns dann irgendwann wieder kreuzen werden. Und dann wird es ein Breakout nach oben geben, hoffentlich. Und der wird hoffentlich heftig sein. Aber auf diesen Trade mache ich mich dann auch bereit, wenn sich diese Linie... Also es liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Also ich glaube, wir werden hier noch ein bisschen herumpimmeln auf dieser 40.000er Linie, bis wir dann wieder genug Luft geschnappt haben und es dann weitergeht. Ist nur mein Gedanke. Ich weiß, viele von euch sagen, es ist jetzt vorbei. Es wird nie wieder rauf gehen. Pipapo. Das glaube ich nicht. Goldman Sachs hat jetzt auch ein Report rausgebracht. Crypto a new asset class. Und da gehen sie auf einige Sachen ein. Und die Links poste ich euch wieder unten in die Videobeschreibung. Ziemlich interessantes Material. Und ich glaube, dass... Was jetzt im Moment gerade abgeht, ist es ungefähr so. Die Retail-Investoren und die Neulinge im Markt, die verkaufen jetzt aus Panik ab. Und die Big Player, die werden das jetzt aufkaufen. Also ich sehe das so kommen. Ich glaube, viele werden sich wundern, wie schnell der Preis dann wieder anziehen wird. Aber das ist nur so mein Gefühl. Bitte, ich kann auch komplett falsch liegen und wir gehen jetzt in ein drei Jahre Bärenmarkt. Und es geht nur seitwärts und bergab. Kann auch passieren. Ich persönlich glaube es nicht. Also immer mehr Menschen werden sich einfach bewusst, dass die Kaufkraft, dass sie Kaufkraft durch das Gelddrucken verlieren. Und sie müssen in harte Assets gehen. Und Bitcoin ist eins der praktischsten davon. Und ich glaube, auch das mit dem meisten Potenzial, wo wir gegen dieses Inflationssystem arbeiten können. Und deswegen glaube ich, werden immer mehr Leute in Bitcoin reingehen. Ihr seht hier auf der Grafik, wenn man 1900, 100 Dollar auf die Seite gelegt hat, hat man einen so heftigen Kaufkraftverlust. Also diese 100 Dollar könnten die jetzt Sachen im Wert von 3 Dollar kaufen. Ja, also damals hast du um 100 Dollar einfach viel mehr bekommen, als du heute kriegst. Das merkst du ja beim Euro auch sehr stark. Wenn du dir jetzt vorstellst, was hat eine Wurstsemmel vor 20 Jahren gekostet, was kostet eine Wurstsemmel heute und das jetzt dann in Schilling umrechnest, dann wird dir wahrscheinlich schlecht. Viele Leute ignorieren das immer noch, dass ihr Geld einfach weniger wird auf dem Konto sozusagen. Aber viele wachen auf. Das heißt, sie buttern ihr Geld in harte Assets, ob es jetzt Gold, Rohstoffe oder Bitcoin ist. Und solange die Zinsen so sind, wie sie sind, glaube ich, wird es weitergehen. Ich glaube, wir haben jetzt nur eine Korrektur, weil wir einen heftigen Anstieg hatten. Aber wie gesagt, das ist nur mein Gefühl. So, dann kommen wir zu dem Punt. Ja, ich weiß, es sieht ziemlich heftig aus. Es geht nur steil runter. Aber für mich persönlich ist, glaube ich, gerade die Zeit gekommen, um jetzt wieder in den Markt reinzugehen. Ich werde Stückchen für Stückchen einfach immer ein bisschen was, was ich auf der Seite habe, investieren. Jetzt am Ende des Monats, wie gesagt, werde ich was raufladen und dann immer ein bisschen was investieren über die Zeit rein. Ich werde meine Pantos aufstocken und meine Best noch aufstocken. Aber den größeren Teil werde ich jetzt in Pantos reinlegen, weil ich sehr positiv drauf gestimmt bin, dass wenn dieses ganze Notsystem kommt, der Token viel mehr wert sein wird als 12 Cent. Ist nun mein Gefühl. Wie gesagt, bitte nehmt das nicht als Anlageberatung. Das ist nur das, was ich mache. Ihr könnt das hier alles auf dem Kanal live verfolgen. Aber wie gesagt, das ist nun meine Meinung und das, was ich mache, was ich hier zeige und soll keine Anlageberatung sein. Ja, beim nächsten Video kommt dann Cesus Network und ein paar andere Coins schauen wir uns noch an. Vielleicht mache ich noch vorher kurz ein Voting, welchen Coins wir uns genau anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. .